Musik Wir sind heute beim LV Einstatt in der Abteilung Forstbeil. Wie kann man Mitglied bei Ihnen und werden? Relativ einfach. Man meldet sich unter www.kontakt.at.lv-altstadt98.de oder guckt auf unserer Webseite nach und kann da Kontakt mit uns aufnehmen, Mitglieds einfach aufnehmen. Aber prinzipiell kann man dreimal kostenfrei zum Schnupper-Training kommen und dann muss man auch noch kein Mitglied sein. Prima. Man spielt ja den Fassball, der Name sagt es, mit der Fass oder dem Unterarm. Ist der dann nicht sehr stark beinsprucht? Bei den ersten zwei, drei Spieltrainingsanhalten ist es normal, dass der Arm rot wird. Gewöhnt sich aber relativ schnell daran. Im Normalfall erfolgt nur die Annahme und das Zuspielen mit dem Unterarm, weil du da die breiteste Fläche hast und den Ball am besten kontrollieren kannst. Mit der Fass selbst schlägst du nur die Annahme und den Überschlag und das ist eigentlich die geringste Belastung. Das meiste ist wirklich, dass der Arm nach den ersten zwei, drei Mal ein bisschen rot ist, aber der gewöhnt sich relativ schnell daran. Da haben unsere Kinder die ersten zwei Mal immer gesagt, der Arm tut weh, der Arm tut weh. Wie hat es sich angefühlt? Wirklich gut. Wie in den alten Zeiten. Man muss sich ja in der ersten Zeit wieder gewöhnen.